In gemeinsamer Diskussion und Behandlung die Tagesordnungspunkte 17 und 18. Darauf wurde sich verständigt, dass man die gemeinsam behandelt. Bei der Abstimmung geht doch dann Top 18 vor 17 stellen. Wurden wir vielleicht mal so beginnen, dann lasse ich erstmal die Änderungsanträge beiseite. Wir würden erstmal die Vorlage Top 17 einbringen. Herr Kühn, bitte. Ja, meine Damen und Herren, wir schlagen Ihnen ja mit einer anderen Vorlage, die heute nicht gegenständlich ist, die Konzessionsvergabe für Kino- und Konzertveranstaltungen am Königsufer vor. Und hier geht es in der Vorlage darum, den Zeitpunkt, wann dann entsprechend diese Konzert-Ausschreibung gelten soll und wann entsprechend sozusagen der bestehende Vertrag aufgelöst wird, zeitlich neu zu justieren. Und das ist Gegenstand der Vorlage. Ich sage mal so, auch wenn wir nie im Ausschuss sind, Nachfrage. Entschuldigung, jetzt. Ich habe keine Nachfrage, ich war ja bei den Beratungen dabei, aber angesichts der Bedeutung dieser Angelegenheit halte ich es doch für angemessen, wenn die Stadtverwaltung ihren Standpunkt inhaltlich hier in öffentlicher Sitzung des Stadtrates mal in angemessener Weise ausführt, sodass ihn auch ein unbefangener Zuschauer oder eine Zuhörerin nachvollziehen kann. Okay, wird man das nochmal? Da müsste Herr Scholbach vielleicht nochmal sagen, was ihn da genau interessiert. Er kennt ja Inhalt der Vorlage und das war ja auch schon Gegenstand öffentlicher Berichterstattung ausführlich, ob er wünscht, nochmal den rechtlichen Hintergrund für die Frage der Konzessionsvergabe dargestellt zu bekommen. Herr Scholber. Ich glaube, ich hatte mich gerade verständlich ausgedrückt, aber ich für Sie, Herr Kühn, sehr gerne noch einmal. Ich selbst persönlich habe keinen Informationsbedarf. Ich gehe aber davon aus, dass angesichts der Bedeutung dieser Vorlage und angesichts der Bedeutung der Filmnächte für die Stadt Dresden es ein öffentliches Interesse gibt, nachvollziehen zu können, was der Standpunkt der Verwaltung ist, warum sie diese Vorlage dem Rat hier vorschlägt. Und ich möchte darum bitten, dass entsprechend die Vorlage hier in angemessenem Umfang dargestellt wird, sodass sie auch die Bürgerinnen und Bürger den Standpunkt der Verwaltung nachvollziehen können. Die Landeshauptstadt Dresden und die Verwaltung haben großes Interesse, dass das Veranstaltungsformat, was jeden Sommer am Königshofer stattfindet, in Form von Film- und Konzertveranstaltungen fortgesetzt wird. Und um das zu gewährleisten, braucht es aber angesichts der gesetzlichen Anforderungen des Haushalts- und Beihilferechts entsprechende Rahmenbedingungen, an die wir als Verwaltung gebunden sind. Insofern geht es hier mit Blick auf die Gesetzes- und Rechtsmäßigkeit darum, in Hinsicht des Verwaltungshandels dafür Sorge zu tragen, dass hier über eine Konzessionsvergabe eine nachhaltige Sicherung dieser Veranstaltung stattfinden kann. Es ist ja so, dass in der Vergangenheit kein Wettbewerb über die vorliegende Konstellation seit Jahren am Königshofer stattgefunden hat. Und das wird angesichts der rechtlichen Bewertung Beihilfe von Vergaberecht als nicht mehr möglich angesehen. Insofern schlagen wir, um dieses Veranstaltungsformat zu erhalten, hier die Vergabe einer neuen Konzession vor, die eben anders als eine bloße Vertragsanpassung oder eine Vertragsverlängerung über die Form, die wir Ihnen vorschlagen, eben mit dem kommunalen Wettbewerbsrecht uns Rechtssicherheit schafft, auf Basis, wie ich schon sagte, der Gesetzes- und rechtmäßigen Verpflichtung, die wir als Verwaltung haben. Okay, dann würden wir mal einsteigen, was die gemeinsame Beratung angeht und deshalb zuerst die beiden Ergänzungsanträge. Ich würde mal von der Reihenfolge des Datums gehen, 12. Juni, 24 CDU, dann 13. Juni, Bündnis 90 die Grünen. Würde mal zunächst mit der CDU beginnen, ist das gewünscht Einbringung oder dann in der Fraktionsrunde? In der Fraktionsrunde und Grüne? Auch in der Fraktionsrunde. Und dann würden wir beginnen, weil wir ja heute so ein Stück weit nicht im Turnus die Fraktionsrunden eröffnet haben, würde ich jetzt mal nach der Reihenfolge auf meinem Zettel vorgehen. AfD wurde als Erste sprechen, Grüne, CDU, Linke, SPD, Freie Wähler, Bürger für Dresden und FDP. AfD bitte, Herr Latschinski. Gut, dann würde ich auf die eingebrachten Anträge dann einfach nochmal später reagieren. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer, Herr Kühner hat es ja bereits gesagt, die Filmlechte am Elbbruch sind ein wichtiges Event und ein Publikumsmagnet für unsere Stadt. Seit Jahrzehnten bringen diese Veranstaltungen ein Stück mehr Lebensqualität für die Dresdner Bürger und zudem eine Vielzahl an Touristen nach Dresden und stärken so auch die Wirtschaft in unserer Stadt. Diese Veranstaltung ist also sehr wohl im Interesse unserer Stadt. Und als AfD bekennen wir uns zu diesem Event und setzen uns auch für die Vorführung dieser Veranstaltungsreihe ein. Wir wollen auf keinen Fall, dass wir uns der Gefahr aussetzen, dass irgendein Gericht zu irgendeinem Zeitpunkt die Möglichkeit bekommt, die Weiternutzung dieser Fläche am Königsufer für Film- oder Konzertveranstaltungen zu untersagen. Bedauerlicherweise wurde mit der Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 2013 durch die damalige CDU-Bundesregierung und auch mit der Änderung der Vergabeordnung von 2014 ebenfalls durch die CDU-geführte Bundesregierung die Regelung hinsichtlich Ausschreibungspflichten für staatliche Institutionen maßgeblich verschärft und verkompliziert. Viele Verwaltungsmitarbeiter, welche sich schon seit Längerem mit Vergaben beschäftigen, sitzen seither regelmäßig kopfschüttelnd an ihren Arbeitsplätzen. Ich bin einer von denen. Das europäische Vergaberecht und die nationale Umsetzung dieser Vorgaben in Bundesgesetzen und Verordnungen entwickeln sich seither mit jeder Fortschreibung in eine immer realitäts- und praxisfremdere Richtung. Jedes noch so kleine Filzlchen muss ausgeschrieben werden. Regelmäßig übersteigt der Verwaltungsaufwand für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen und die Prüfung der Angebote am Ende den Wert der eigentlichen Beschaffung oder der Dienstleistung. Die CDU war all diese Jahre in Regierungsverantwortung und maßgeblich an dieser Entwicklung beteiligt. Und obwohl die derzeitigen Regelungen bei nahezu allen, die sich damit auseinandersetzen, auf Unverständnis stoßen, sind diese einzuhalten. Das gilt sowohl für den einzelnen Verwaltungsmitarbeiter in der Vergabestelle, das gilt aber auch für einen Gemeinde- oder Stadtrat, der als Teil der Verwaltung ebenfalls diesen Gesetzgebungen und Verordnungen unterliegt. Auch der Stadtrat hat sich an Recht und Gesetz zu halten. Denn den hier vorliegenden Vorschlag der Verwaltung, der heute abgestimmt werden soll, ist ein guter Kompromiss. Aufgrund des Mangels an Personenkapazitäten soll zur Gewährung einer ordnungsgemäßen Ausschreibung der Konzessionszeitraum auf 2027 nach hinten verschoben werden. So wird die Stadt einerseits ihrer Pflicht gerecht, Dienstleistungen, welche mit Interesse der Stadt sind, öffentlich auszuschreiben. Andererseits gibt sie dem Betreiber die Planungssicherheit für Veranstaltungen und Verträge bis zum Beginn des Konzessionszeitraums. Würden wir, wie von der CDU vorgeschlagen, jetzt ganz von einer Ausschreibung absehen, braucht es nur irgendeinen Eventmanager irgendwo in Europa, der zufällig noch einen guten Anwalt an der Hand hat, der den Vorgang hier in Dresden mitbekommt. Dieser müsste dann nur vor der Vergabekammer nachweisen, dass er ernsthafte Bestrebungen unternommen hat, ebenfalls auf dieser Fläche eine Veranstaltung durchzuführen, während die Filmnächte laufen. Und schon findet sich die Stadt vor Gericht wieder und wird zur Schadensersatzzahlung verpflichtet. Und schlimmer noch, die Stadt könnte auch dazu verpflichtet werden, die Weiternutzung des Filmnächteareals bis zum Abschluss dieser Vergabe zu untersagen. Das wäre ein wirtschaftlicher Totalschaden für den jetzigen Betreiber und auch für die Stadt. Ein Ausfall der Filmnächte wollen wir unter allen Umständen vermeiden. Deshalb werden wir auch der Verwaltungsvorlag zustimmen. Der CDU-Antrag bringt den Weiterbetrieb der Filmnächte in Gefahr. Deshalb lehnen wir diesen auch ab. Vielen Dank. Okay, dann würden wir mit der Grünen-Fraktion Frau Fius-Jene weitermachen und gleich den Ergänzungsantrag mit einbringen. Ja, sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wie ja jeder jetzt sehen kann, der am Elbrufer entlang geht oder entlang radelt, werden ja gerade die Filmnächte für dieses Jahr aufgebaut. Und ich glaube, die Vorfreude ist schon bei allen da. Wir kennen diese Veranstaltung seit vielen, vielen Jahren. Sie sind ein ganz wesentlicher Teil von Dresden. Es ist dort immer eine tolle Atmosphäre. Es ist ein tolles Programm. Ich habe es mir heute auch gerade noch mal angeguckt. Die Filmnächte kooperieren auch mit wichtigen Akteuren in der Stadt, mit der Philharmonie, mit dem Filmfest, mit dem Objektiv e.V., die dieses Kinderkino-Festival, Kinolino machen und so weiter. Ich als kulturpolitische Sprecherin, noch bin ich es, meiner Fraktion, habe da überhaupt nichts zu meckern und kulturpolitisch auch nichts zu ändern. Ich wüsste nicht, was ich mir dort besseres wünschen sollte. Und ich glaube, wenn man die Dresdnerinnen und Dresdner befragen würde, sehen die das ganz genauso. Finanzpolitisch sehe ich schon einen Anpassungsbedarf, und zwar eben des Nutzungsentgeltes. Wir haben jetzt, das kann ich schon ganz kurz formulieren, einen Änderungsantrag formuliert, der den CDU-Antrag ergänzt. Der ist ganz ähnlich wie der der CDU, nur schreiben wir, dass wir den OB beauftragen, hinsichtlich der bestehenden Nutzungsvereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Dresden und der PAN GmbH Verhandlungen zur Anpassung des Nutzungsgeldes auf einen marktübliche Höhe aufzunehmen. Also da ist dann vielleicht doch noch mal ein bisschen Spielraum drin, aber man könnte, die CDU hat jetzt bis 80.000 Euro da drinstehen, also wie gesagt, marktübliche Höhe wäre uns eigentlich der richtigere Begriff. Ja, also da sehen wir keinen Anpassungsbedarf. Nun hat uns die Verwaltung, und ich möchte das an dieser Stelle natürlich betonen, und die Verwaltung muss das auch so tun. Die muss, wenn sie das Gefühl hat, dass es hier juristisch Fragezeichen gibt, muss sie, um einen formal rechtlich korrekten Zustand herzustellen, uns entsprechende Vorschläge machen. Auch die Verwaltung sagt ja, dass es ein Risiko einer Klage durch andere potenzielle Anbieter gäbe und dass grundsätzlich öffentliche Flächen in dieser Form eben ausgeschrieben werden sollten. Nun haben wir als Grüne Fraktion in unserer wirklich intensiven Risikoabwägung sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass das Risiko eigentlich, wenn wir jetzt ausschreiben, höher ist, als wenn wir es nicht tun. Weil das hohe Risiko einer Konkurrentenklage sehen wir bei einer Konzessionsausschreibung mit langjährigen Verfahren mindestens genauso hoch, umso mehr, als ja eine Veröffentlichung wesentlicher Inhalte der Ausschreibungsbedingungen in der Presse vorkam und damit eigentlich auch aus Sicht der Verwaltung die Konkurrentenklage noch gestiegen ist. Und das Risiko, ich bin nicht mehr im Wirtschaftsförderungsausschuss, ich war das viele Jahre, kann mir das durchaus vorstellen, dass der Wiefel sich gar nicht auf einheitliche Vergabekriterien einigen kann, was dann womöglich weitere rechtliche Auseinandersetzungen mit sich zieht, das halte ich auch für sehr hoch. Und ich sage jetzt mal, das ist jetzt wirklich meine ganz persönliche Meinung, der CDU-Antrag ist ja nie als unzulässig deklariert worden, wir haben da mehrfach gefragt, muss man eigentlich dem nicht widersprechen? Da kam irgendwie vom Oberbürgermeister auch keine eindeutige Rückmeldung, beziehungsweise eben keine. Und das Zweite ist, dass wir, wenn dann wirklich jemand klagt, wie gesagt, in unserer Risikoabwägung haben wir das auch an anderer Stelle gesehen, dann haben wir ohnehin eine rechtliche Klärung, die dann final sein könnte. Ich glaube, dass nach wie vor, und da sind wir als Fraktion jetzt zu dem Ergebnis gekommen, wir aus kulturpolitischen Gründen und weil wir eben die Filmnächte so erhalten wollen, wie sie sind, eher von der Ausschreibung absehen wollen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Okay, danke schön. Dann machen wir weiter. CDU, Steffen Kahn, bitte. Sehr geehrter Herr Staatsbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Sturm hat heute schon in einer ihrer Reden darauf hingewiesen, dass es ja aktuell ganz neu diese Untersuchung der Dresden Marketing GmbH gibt, zur Bedeutung von Veranstaltungen, insbesondere Großveranstaltungen und Filmveranstaltungen Open Air und daraus geht ja hervor, dass sie für den Tourismus von ganz unwahrscheinlich großer Bedeutung sind und dass allein die Stadt Dresden durch Groß-Events bis zu 700.000 Euro zusätzliche Beherbergungssteuer allein im Jahr 2023 eingenommen hat und da haben auch die Filmnächte einen großen Anteil daran. Der Beschluss, den wir im Juni letzten Jahres gefasst hatten, war ja initiiert von der CDU. Wir wollten seinerzeit die Verlängerung der Filmnächte, das haben wir damals auch beschlossen und zusätzlich kam dann noch das Thema der Konzessionsvorgabe hinzu, die wir nie unterstützt haben und wir haben immer angeregt, dass wir uns erneut mit dem Thema befassen. Wir stehen nach wie vor dafür, diese Konzessionsvorgabe zu streichen und deshalb haben wir hier auch noch mal das im Rat beantragt, weil wir auch den Eindruck hatten, dass die Folgewirkungen, die die Vergabe einer Konzession entfalten wird, vielleicht noch nicht mit allen ausreichend diskutiert waren. Wir denken, dass es schon eine Gefahr ist, ein etabliertes Veranstaltungsformat, was es hier jetzt 33 Jahre gibt, mit großer Bedeutung und einem großen Erfolg in dieser Form ins Feuer zu stellen und im Übrigen habe ich auch große Zweifel, ob die Landeshauptstadt Dresden in ihrer neuen Rolle als Konzessionsgeber, quasi als Mitveranstalter, auch ihrer Rolle gerecht werden kann und ob tatsächlich die neuen Aufgaben, die auch auf die Stadt in dem Fall zukommen, gewährleistet und tatsächlich so umgesetzt werden, können wir uns das vorstellen. Die zwischenzeitlich ausgereichten Vergabeunterlagen, wenn Sie sich die mal angeschaut haben, dann muss man zum momentanen Zeitpunkt noch feststellen, feststellen, Sie sind nicht ausschreibungsreif, Sie sind fachlich schlecht und das Vertragsangebot, was dort beiliegt, glaube ich, wird kein einziger Anbieter unterschreiben können, schon aus ganz wirtschaftlichen Überlegungen. Und in der November-Sitzung im Wirtschaftsausschuss habe ich auch richtig verstanden von der Verwaltung, was sie eigentlich will. Sie will in eine neue Rolle kommen und sie will im Grunde in Zukunft mitbestimmen, was auf dieser Fläche veranstaltungsmäßig und programmmäßig tatsächlich passiert. Und da sehe ich im Übrigen auch eine große Gefahr, weil aus meiner Sicht ist die Kunst frei und ich möchte in Zukunft nicht im Stadtrat über das Programm entscheiden, was dort tatsächlich stattfindet. Wir wollen keine Konzession, sondern wir wollen weiterhin einen Mietvertrag, so wie das die letzten Jahre der Fall gewesen ist. Und bei einer Verpachtung von Flächen besteht im Übrigen keine vergaberechtliche Pflicht zur Ausschreibung, da es sich nicht um einen öffentlichen Auftrag handelt. Es ist kein Bauauftrag, keine Bauliefer- und Dienstleistung und es ist auch keine Konzession, weil wir letzten Endes nur ein Grundstück vermieten, was dem Freistaat Sachsen gehört und wo wir über eine Zuordnungsvereinbarung das Recht zur Verwertung haben. Im Übrigen empfehle ich Ihnen das Urteil des Kammergerichts Berlin, das sagt, überträgt ein öffentlicher Auftraggeber im Pachtvertrag keine öffentlichen Aufgaben, also will er nicht im Stadtrat über das Programm entscheiden, sage ich mal, dann kann der Pächter ohne Ausschreibung ausgewählt werden. Das ist der Fall Waldbühne und auch die Praxis des Freistaates Sachsen empfehle ich Ihnen mal zu prüfen. Da geht es beispielsweise um die Verwertung von landwirtschaftlichen Flächen. Auch hier gibt es kein förmliches Bieterverfahren. Aus unserer Sicht, das ist eine politische Entscheidung. Wollen wir einen ausschreibungsfreien Pachtvertrag wie bisher oder wollen wir eine ausschreibungspflichtige Konzession? Das ist nach meinem Dafürhalten in diesem Stadtrat so, in dieser Gegenüberstellung noch nicht festgestellt worden. und dazu dient letzten Endes unser Antrag. Abschließend möchte ich noch auf die Diskussion, die wir in den Ausschüssen hatten, eingehen. Ja, Frau Fielgesehne, Sie haben völlig recht, das Nutzungsentgelt, was derzeit gegenständlich erhoben wird, ist zu niedrig. Das ist von vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder wie auch immer. Das müssen wir natürlich anpassen, da sind wir ganz bei Ihnen und deshalb haben wir auch einen Ergänzungsantrag gestellt. Die 80.000 habe ich übrigens aus Ihrem Antrag, aus Ihrem früheren Antrag übernommen. Da hatten wir uns schon mal darüber verständigt, was denn so eine marktübliche Größe sein könnte. Deshalb stehen die jetzt auch entsprechend drin. Wir werden aber auch Ihrem Änderungsantrag zustimmen. Also insofern, das geht in die richtige Richtung. Der Oberbürgermeister soll verhandeln und die Miete muss entsprechend angehoben werden. Letzter Gedanke, letzter Satz. Wir haben noch einen zweiten Änderungsantrag und zwar zum Top 17. Für den Fall, dass unser Antrag keine Mehrheit findet, würden wir ja dann im Tagesordnungspunkt 17 verschieben und dort würden wir vorschlagen, dass wir den 01.01.2029, also nochmal zwei Jahre nach hinten schiebend, das Datum ändern, weil ich glaube, wenn es tatsächlich zur Konzessionsvergabe kommen soll, dann müssen wir uns gewaltig auf den Hosenboden setzen, die Unterlag vorbereiten und uns sehr genau darüber austauschen, was wir entsprechend in die Konzessionsvergabe reinschreiben wollen. Das, was wir da bisher gesehen haben, reicht dafür nicht aus. Deshalb noch dieser zusätzliche Änderungsantrag zum Top 17. Vielen Dank. Okay. Dann machen wir weiter. Fraktion Die Linke, André Scholbach, bitte. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich bin der Überzeugung, dass eine große Mehrheit in diesem Stadtrat die Filmnächte erhalten will und ihre Existenz sichern will und diese nicht in Frage stellen möchte. Die Filmnächte gibt es seit über drei Jahrzehnten. Zuletzt haben regelmäßig über 200.000 Menschen die Filmnächte jährlich besucht. Das ist ein großer Magnet für Touristinnen und Touristen und natürlich auch für die Einwohnerinnen und Einwohner unserer Stadt. Und die Frage ist jetzt, was ist denn der richtige Weg, um die Filmnächte zu erhalten? Das ist die Frage, die es zu beantworten gilt. Nun bin ich ja nicht dafür bekannt, dass ich Einschätzungen oder Stellungnahmen der Verwaltung sozusagen unkritisch folgen würde. Ich lese das sehr aufmerksam, sehr kritisch und dort, wo ich anderer Haltung bin, formuliere ich das auch, wenn es sein muss, auch sehr deutlich. Und hier haben wir die Situation, dass die Stadtverwaltung tatsächlich sehr umfangreiche Stellungnahmen, und zwar nicht nur eine vorgelegt hat. Stellungnahmen mit tatsächlich einer anerkennenswerten Substanz, mit einem bemerkenswerten Umfang. Und ich habe mir das wie gewohnt kritisch angeschaut. Und ich muss sagen, mich haben diese Stellungnahmen überzeugt. Ich kann sie nachvollziehen mit ihren sachlichen und fachlichen Argumenten. Und ich folge den Argumenten, die die Stadtverwaltung hier vorgelegt hat. Vor einem Jahr ist eine Mehrheit des Stadtrates bereits diesen Argumenten gefolgt und hat deshalb eine Ausschreibung beschlossen, um die Filmnächte zu erhalten und auf eine sichere Grundlage zu stellen. Und jetzt wird hier ein Antrag vorgelegt, der überschrieben ist mit Ja zu den Filmnächten. Das Problem ist nur, gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht. Und ich sehe, die große Gefahr, sollte eine Mehrheit des Stadtrates diesem Antrag der CDU-Fraktion folgen, dass genau das Gegenteil dessen erreicht wird, was hier postuliert wird. Nämlich, dass die Filmnächte tatsächlich einer Gefahr, einer existenziellen Gefahr ausgesetzt werden. Die Stadtverwaltung hat das in ihren Stellungnahmen deutlich geschrieben, warum das so ist. Für jede Stadträtin, für jeden Stadtrat nachvollziehbar. Ich habe bei der Stadtverwaltung zu Beginn des Jahres eine schriftliche Anfrage eingereicht. Die beinhaltete eine ganz einfache Frage. Wurde der Antrag A 0552 aus 23 vom 20.11.2023 zum Gegenstand Ja zu den Filmnächten am Elbufer durch die Stadtverwaltung auf seine Rechtmäßigkeit geprüft? Wenn ja, mit welchem Ergebnis? Meine Damen und Herren, ich habe eine eindeutige Antwort des Oberbürgermeisters erhalten. Er hat die Vertraulichkeit für diese Antwort angeordnet, weswegen ich, obwohl es Sie alle betrifft, weil Sie ja wissen müssen, was die Folge dieser Entscheidung ist, Kenntnis davon halten müssten. Und deshalb frage ich Sie, Herr Erster Bürgermeister, gestatten Sie, dass ich hier in öffentlicher Sitzung aus dieser Antwort zitiere. Ich möchte gern den Stadtrat über die Position der Stadtverwaltung in Kenntnis setzen, der diesen Antrag, den wir gerade behandeln, betrifft. Also, er hat okay gesagt. Ich würde dann jetzt aus dieser Antwort zitieren. Die Antwort, meine Damen und Herren, es ist die Anfrage A 0552 aus 23, die Antwort, das Schreiben des Oberbürgermeisters von Dirk Hilbert persönlich unterschrieben, stammt vom 16. Januar. Und ich zitiere, weil sie sehr umfangreich ist, den ersten Absatz, Zitat, der Antrag A 0552 aus 23, vom 20. November 2023, zum Gegenstand, ja, zu den Filmnächten am Elbufer durch die Stadtverwaltung, wurde durch die Stadtverwaltung geprüft. Haben wir noch was? Ausnahmsweise noch mal eine Minute mehr. Vielen Dank. Ich bemühe mich, fertig zu werden in der Minute. Würde der Antrag entsprechend seiner jetzigen Fassung und mit der insoweit zum Ausdruck gebrachten Intention gemäß Beschlusswortlaut und Beschlussbegründung durch den Stadtrat gefasst werden, würde ich einen solchen Beschluss als rechtswidrig einstufen. Ich müsste diesem widersprechen. Ich möchte kurz noch einen zweiten Satz zitieren in Bezug auf die Intention des Antrags, schreibt der Oberbürgermeister folgendes. Diese Intention des Festhaltens am Status quo durch Fortsetzung, Verlängerung der aktuellen Situation steht der Pflicht zum rechtmäßigen Verwaltungshandeln durch Kündigung und Ergreifung einer der beiden rechtmäßigen Handlungsalternativen entgegen. Dies spricht für die Rechtswidrigkeit im Falle einer antragsgemäßen Beschlussfassung. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, das ist die Position der Stadtverwaltung, die ich Ihnen hiermit nochmal bekannt machen wollte und deshalb, auch deshalb und aufgrund der vielen sehr überzeugenden Stellungnahmen und weil wir die Filmnächte auf eine rechtlich saubere, sichere Grundlage stellen wollen und sie erhalten wollen, werden wir der Vorlage des Oberbürgermeisters zustimmen und den Antrag der CDU-Fraktion ablehnen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Okay, dann würden wir weitermachen. SPD-Fraktion. Kein Redebedarf. Dann freie Wähler, freie Bürger. Auch kein Redebedarf. FDP-Fraktion. Anscheinend auch kein Redebedarf. Dann würden wir weitermachen mit Herrn Laczynski. Kein Redebedarf mehr oder doch? Ja, vielleicht nochmal kurz eine richtige Stellung. Ich denke, das, was Herr Schollbach gesagt hat, ist leider so und das sind Realitäten, mit denen wir irgendwie arbeiten und umgehen müssen. Es ist mal die Gesetzeslage und die Verwaltung hat es ja auch relativ klar dargestellt. Der Herr Karten hat es ja auch mit einer gewissen Argumentationslinie den ganzen Vorgang der CDU hier begründet. Er hat im Prinzip gesagt, es handelt sich ja um eine reine Verpachtung von Flächen und nicht um eine Dienstleistungskonzession. Dazu gab es ja auch dieses Gutachten, was das Unternehmen dort erstellt hat. Allerdings hakt oder krankt das Ganze nämlich. Denn wir müssen uns, die Kernfrage ist letztendlich, ob die Filmnächte, die Durchführung der Filmnächte im Interesse der Stadt Dresden sind. Und das haben sie ja selbst umfänglich ausgeführt, wie wichtig die Filmnächte für die Stadt Dresden sind. Sie haben Übernachtungen angeführt, sie haben Bettensteuer angeführt, sie haben die Wirtschaft angeführt. Also es besteht ein klares Interesse der Stadt Dresden, dass die Filmnächte durchgeführt werden und eine reine Verpachtung würde dazu führen, dass der Pächter grundsätzlich alles mit diesem Grundstück machen könnte. Es müssen nicht unbedingt die Filmnächte sein. Das wäre eine reine Verpachtung, er könnte einfach auch ein Fußballfeld hinmachen und Fußball spielen. Und das ist natürlich nicht im Interesse der Stadt. Und das bedeutet natürlich, dass man irgendwie eine gewisse Bindung braucht, dass man genau diese Dienstleistung dort ausschreibt, damit sie eben im Interesse der Stadt durchgeführt wird. Und da sind wir automatisch schon bei einer Dienstleistungskonzession, da kommen wir einfach nicht drum rum. Und deswegen bin ich schon dafür, dass wir die Filmnächte eben nicht in Gefahr bringen, jetzt durch kurzsichtiges Handeln, sondern dass wir die langfristig absichern. Und deswegen kann ich nur empfehlen, den CDU-Antrag abzulehnen. Vielen Dank. Okay, haben wir weiter. Ja, Thorsten Hans und dann nochmal Herr Schmädig, dann André Scholbach und dann Steffen Kragen. Und Herr Kühn wird dann nochmal was zum Abschluss der Runde sagen. Aber wir fangen jetzt erstmal mit Thorsten Hans an, bitte. Ich würde es gleich vom Platz machen, weil ich einfach nochmal prächtig was einordnen will oder nachfragen will. Wenn jetzt sozusagen rauskommt, dass dieser Antrag nicht zulässig war und das jetzt erst jetzt erst sozusagen diese Information dem Stadtrat gegenüber öffentlich gemacht wurde, dann wundere ich mich, dass unser Kompromissvorschlag, der ja vorsah, dass wir sagen, wir wollen auf alle Fälle sicher gehen, dass es eine gute, sinnvolle Konzessionsausschreibung vielleicht gibt. Und wenn das gesichert ist, dann können wir uns auch eine Ausschreibung vorstellen, dass der zweimal rechtlich im Wirtschaftsförderungsausschuss nicht zugelassen wurde. Dann frage ich mich, wieso das sofort so bewertet wurde und wieso ein anderer Antrag, also für mich ist das im Tief vergleichbar. Wir haben auch bei der Stadtverwaltung übrigens, muss ich sagen, das mindestens seit der letzten Stadtratssitzung, da haben wir den Antrag trotzdem nochmal eingereicht, nachgefragt, wie die Stadtverwaltung sich zu diesem, ich sage es mal, es wäre erst mal jetzt ein politischer und auf allem für das praktische Vorgehen ein Kompromissvorschlag dazu verhält und wir haben keine Antwort bis heute erhalten. Deshalb, das würde ich dann wirklich rügen wollen. Es wäre noch ein Weg vielleicht zu sagen, wir können sozusagen eine Konzessionsausschreibung vernünftig vorbereiten. Wie gesagt, Frau Pius-Jene hat es ja dargelegt, warum wir jetzt zu der Abwägung gekommen sind, wie wir uns verhalten wollen, weil die Gefahr, dass eine Konzessionsausschreibung scheitert, ist sehr hoch. Ich möchte auch mal daran erinnern, dass auch die Linke bei der letzten Konzessionsausschreibung zum Altmarkt, nicht wie wir, weil wir prinzipielle Probleme mit dem Event hatten, dass es nicht mehr angemessen ist in Zeiten des Klimawandels, sondern aus Gründen eher, dass Herr Zastrow mit seiner Agentur die Ausschreibung gewonnen hatte, dieser Ausschreibung nicht zugestimmt hat. Und da möchte ich schon mal fragen, wie dann entsprechend man sozusagen wirklich sauber zu einer vernünftigen, einheitlichen Position auch im Wirtschaftsausschuss und im Stadtrat kommen wird, wenn sozusagen aus, ich sage es mal, teilweise politischen Einschätzungen und Gründen eben, wir hatten es beim Postplatz ja genauso, und das waren eben nicht die Unterschiede zwischen der damaligen Stadtratsentscheidung und der Entscheidung heute, dass mittlerweile mehrere Konzessionsausschreibungen, die knapp gescheitert sind oder wenigstens auch inhaltlich angegriffen wurden in den Ausschüssen zwischen diesen zwei Ereignissen liegen. Darauf möchte ich nochmal darauf hinweisen. Aber ich hätte jetzt gerne noch mal eine, dann hätte ich jetzt gerne eine definitive Auskunft auf unser Änderungsantrag, der ja im System prinzipiell sogar zu beiden Anträgen hier noch vorhanden ist, ob er zulässig ist. Okay, müssen wir dann klären. Würde ich schon mal ankündigen, dass ich mir von mir aus empfehle, dann mal eine Auszeit zu machen. Aber jetzt machen wir erst mal in der Rednerliste weiter. Michael Schmählich, bitte. Sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen. Ich bin ein bisschen überrascht, dass plötzlich von der ganz rechten Seite und von links diese staatstragende Position eingenommen wird und plötzlich übrigens auch die Verwaltung fast immer recht hat, was ich in der Tat bezweifle. Die Problematik, die dem zugrunde liegt, die hat Herr Kaden grob skizziert und die ist auch berechtigt, sie zu skizzieren, weil wenn ich etwas zum Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung mache, dann muss auch im Grunde genommen es einen Bieterwettbewerb geben. Und ich sage nochmal in aller Deutlichkeit und das sage ich auch nicht nur in meiner Rolle als Noch-Stadtrat, sondern das sage ich auch als jemand, der jahrelang im Veranstaltungsbereich tätig gewesen ist. Eine Konzession auszuschreiben zu einer Idee, die Dritte Private hatten, ist meines Erachtens unseriös. Und wir würden uns praktisch das Eigentum, das geistige Eigentum dieser Idee und die seit auch erfolgreich umgesetzt wurde, hier praktisch verstaatlichen. Und das kann nicht unsere Intention sein. Und da sage ich in aller Deutlichkeit, wir reden so viel über Bürokratisierung, dann fangen wir doch mal damit an, an dieser Stelle einen politischen Willen deutlich zu machen. Selbst wenn die Verwaltung damit gedroht hat, einen Widerspruch einzulegen, ich habe jetzt kein passendes Beispiel parat, aber es hat schon genug Beispiele gegeben, wo man mit potenziellem Widerspruch gegen potenzielle Entscheidungen des Stadtrates gedroht hat und es dann dazu nicht gekommen ist. Ich sage es nochmal in aller Klarheit, die Argumentation, dass hier der Gegenstand dieser Vereinbarung zur Sicherung der Filmlechte über einen Pachtvertrag zu lösen ist, ist die logische Lösung und aus dem Gründe sollte der Stadtrat auch seinen Willen, das genau so zu lösen, hier mehrheitlich zum Ausdruck bringen. Ich werbe deshalb um die entsprechenden Ersetzungsanträge der Grünen und den Antrag der CDU. Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Steffen Karten, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Auseinandersetzung und diese inhaltliche Debatte, die wir hier führen, die hätte ich mir im Übrigen vor einem Jahr gewünscht, als das Thema auf der Tagesordnung stand, da war ihre Leidenschaft von dieser Seite und von dieser Seite an diesem Thema bei Null. Ihr Beitrag zu den Filmnächten am Ellbufer war Null. Erst als sie erkannt haben, dass dieses Thema große Wellen schlägt und natürlich eine übergroße Mehrheit in unserer Stadt sagt, wir wollen die Filmnächte so wie sie jetzt sind, was tut ihr da eigentlich? Da haben sie plötzlich gemerkt, dass sie in dem Zug, der da gerade fährt, irgendwie nach hinten abspringen müssen. Und jetzt will ich noch mal auf zwei Dinge eingehen. Herr Schollbach hat gesagt, mit einer Ausschreibung sorgt man dafür, dass die Filmnächter halten bleiben. Das heißt, sie machen eine Ausschreibung und sind so intelligent, ich traue sie ihnen ja zu, aber sie heute den Gewinner dieses Ausschreibungsverfahren kennen. Das ist phänomenal. Wenn ich mich auf sie verlassen könnte, würde ich zustimmen. habe aber erhebliche Sorgen, dass das, was sie da annehmen, am Ende eintritt. Und zwar deshalb, weil ich diese Vergabeunterlagen gelesen habe. Schauen Sie mal rein. Wir müssen an dieser Stelle alles, was dort hingebaut ist, rückbauen. Das sind 36 Fundamente für das Membrandach, das sind Riesenfundamente für die Bühne, das müssen alles wegbauen und dann muss ein neuer Übernehmer, der dann dort Kino und Konzert, also das geklaute Konzept auf seinem eigenen Ticket durchführt, der muss das dann alles wieder hinbauen. Ein Wahnsinn. Und deshalb, wenn Sie das wollen, dann kann es auch erst 2029 losgehen, weil dort so viel zu tun ist, um das richtig Thema von Pontius zu Pilates Sämtliche Ämter sind da aufgeführt. Ich habe mal gefragt, wie ist denn die Mitwirkung in der Landeshauptstadt? Gibt es da einen zentralen Ansprechpartner, an den ich mich wende? Das ist eine Forderung der CDU seit 20 Jahren, dass es hier in dieser Stadt gibt. Nichts davon steht da drin. Diese Vergabeunterlagen sind ein völliger Bauchklatscher vom 10-Meter-Turm. Und wenn wir so ausschreiben, Bieter überhaupt nicht unterschrieben werden kann, ich will das mal mit einem Beispiel begründen. Der Bieter muss im April des jeweiligen Veranstaltungsjahres sein Programm der Stadtverwaltung vorstellen. Und die Stadtverwaltung behält sich vor, aus dem Programm Dinge herauszukürzen. Meine Frage an die Stadtverwaltung, wenn da seit zwei Jahren Tickets verkauft worden sind, wer trägt den Schadensersatz? Wenn dort ein Künstler, der vielleicht Ihnen gefällt, aber ihm nicht gefällt, dann dort nicht spielen darf. Wer trägt diesen Schadensersatz? Alles ungeklärt. Und mit solchen Ausschreibungsunterlagen wollen wir die Filmmächte retten? Wie wollen Sie das machen? Ein Witz. Und das, was Sie gesagt haben, Herr Latsinski, zum Schluss, ist auch ein Witz. Sie kommen hier als Fußball-Fan und machen jetzt die Metapher Fußball. Also der neue Übernehmer oder die früheren, die jetzigen Veranstalter machen dort sage, erstens, ich wüsste gar nicht, warum die in ein gefleichtes Konzept, mit dem dort Geld verdient wird und was erfolgreich ist, plötzlich in so eine krude Idee rumwandelt und selbst wenn es so wäre, schauen Sie mal in den bestehenden Vertrag, der kann jährlich gekündigt werden. Das heißt, wir sind jederzeit als Stadtverwaltung in der Lage, wenn dort Dinge passieren, die uns nicht gefallen, korrigieren, einzugreifen und im schlimmsten Fall, den Pachtvertrag zu kündigen. Das heißt, wir sind immer in einer Lage, dass wir sehr genau wissen, was da passiert und wenn uns das nicht mehr gefällt oder wenn vielleicht in zehn Jahren das Konzept der Filmnächte überholt ist, haben wir alles in der Hand und können uns überlegen, was in Zukunft dort passiert. Das Konzept, was jetzt dort stattfindet, ist beliebt, da gehen viele, viele Leute hin, alle finden das gut und die sollten schon wissen, dass die Linke und sie von der AfD dagegen sind und jetzt die Idee haben, die Filmnächte ins Feuer zu stellen. Das sollten alle wissen, dann ist das klar, wer ist hier dafür und wer ist hier dagegen. Das ist gut, dass wir das heute auch per Abstimmung noch mal ganz klar herausarbeiten und dass die Zeitung das hoffentlich morgen auch schreiben wird. Vielen Dank. Dann wäre der nächste Redner André Schollbach, bitteschön. Also, mein lieber Herr Kaden, ist ja ein netter Versuch, aber diese Vorlage stammt nicht von der Fraktion Die Linke und nicht von André Schollbach. Diese Vorlage stammt von Oberbürgermeister Dirk Hilbert, von dem Mann, den Sie bei der Oberbürgermeisterwahl unterstützt haben. Haben Sie kein Vertrauen mehr in Herrn Hilbert und seine Kompetenzen? Erstens. Zweitens. Es geht heute nicht um das Wie einer Ausschreibung. Es geht nicht um den Inhalt der Ausschreibung. Das ist Gegenstand einer anderen Vorlage des von Ihnen unterstützten Oberbürgermeisters. Es geht heute um das Ob. Wie bereits vor einem Jahr hat der Stadtrat die Frage nach dem Ob der Ausschreibung beantwortet, indem er mehrheitlich der Vorlage des von Ihnen unterstützten Oberbürgermeisters gefolgt ist. Und jetzt wollen Sie diese Entscheidung rückgängig machen. Da kann man sich ganz nüchtern hinstellen und muss sich einfach die Frage stellen, welche Konsequenzen hat das? Es geht hier nicht darum, sozusagen, um geschmäcklerischere Fragen, sondern es geht knallhart um rechtliche Grundlagen und um die Einhaltung derselben. So, da geht es nicht um irgendwelche Vorlieben oder Spielereien um irgendetwas, sondern darum, dass wir uns rechtlich sicher verhalten. Und wenn das nicht gelingt, hat man eine Konsequenz und diese Konsequenz ist die Gefährdung der Filmnächte. Das ist keine politische Frage, keine Frage von Vorlieben. Wenn man also sagt, man möchte die Filmnächte erhalten, man möchte, dass die Filmnächte weiter stattfinden und zwar auf einer sicheren Grundlage, dann sollte man nicht einfach hier irgendwelche Postulate herausblasen in die Stadt, sondern sehr genau sich das anschauen, was uns hier durch die Stadtverwaltung vorgelegt wurde. Und wenn, dann muss man sich auch substanziell damit auseinandersetzen. Ich habe eine Frage an die Stadtverwaltung in dieser Situation. Ich habe ja bereits Zardunhauser vorhin mit ihrer freundlichen Genehmigung aus der Antwort des Oberbürgermeisters vom 16. Januar zitiert. Er hat dort mitgeteilt, dass der Antrag der CDU-Fraktion auf seine Rechtmäßigkeit geprüft wurde. Und noch einmal, ich wiederhole es, würde der Antrag durch den Stadtrat gefasst werden, würde ich einen solchen Beschluss als rechtswidrig einstufen. Ich müsste diesem widersprechen. Meine Frage heute, im Juni 2024 an die Stadtverwaltung lautet, wie ist die Beurteilung der Rechtslage in Bezug auf den Antrag der CDU-Fraktion zum heutigen Tag? Können wir davon ausgehen oder müssen wir davon ausgehen? Das sollte der Stadtrat mehrheitlich heute für diesen Antrag stimmen. der Oberbürgermeister diesem widersprechen wird. Darum hier bitte ich um eine Stellungnahme der Stadtverwaltung. Vielen Dank. Okay, weitere Redner sehe ich nicht und wir würden es jetzt mal so versuchen, bevor ich frage, ob in der Auszeit notwendig ist, Herr Kühn würde kurz noch mal Stellung nehmen, dann noch mal Herr Pratzker bitte, was die Frage von Thorsten Hans angeht und dann können wir noch mal überlegen, ob in der Auszeit notwendig ist oder nicht. Was ich jetzt schon sagen kann, die Frage von André Schollbach, falls es heute eine Mehrheit für den CDU-Antrag oder für den Ausschussbericht geben sollte, wird das von der Verwaltung noch mal auf Rechtmäßigkeit geprüft. Insofern kann ich heute nicht sagen, ob das so oder so ausgehen wird, aber auf jeden Fall wird es noch mal geprüft. Aber jetzt erst mal Herr Kühn bitte. Ja, meine Herren Schadke, ich will noch mal sagen, sagen, dass egal wie man sich hier positioniert, heute nicht die Frage für oder gegen die Füllnächte steht. Das hier populistisch so zuzuspitzen, finde ich nicht angemessen, sondern es ist genauso Ziel der Verwaltung und auch ihr Bestreben, so habe ich auch die Wörtermeldung hier wahrgenommen, dieses Veranstaltungsformat zu halten und die Frage ist nur genau die wie kriegt man das rechtssicher und nachhaltig hin und deshalb schlagen wir Ihnen und die Inhalte der Konzessionsausschreibung sind der Gegenstand einer anderen Vorlage genau dieses Instrument vor und ich will noch mal sagen, wenn wir öffentlichen Raum exklusiv für kommerzielle Veranstaltungen vergeben exklusiv ist das Instrument der Konzessionsausschreibung an vielen Stellen in der Anwendung und auch erfolgreich in meinem Geschäftsbereich beispielsweise auch wenn das natürlich nicht so eine aufwändige Veranstaltung ist ebenfalls beliebtes Format der Trödelmarkt an der Albertbrück auch das ist eine Konzessionsausschreibung gewesen wo es eben Wettbewerb an der Stelle auch gibt zu der Frage der Ausschreibungsbedingungen dass die öffentlicher durchgestochen wurden gab es nach meinem Kenntnisstand auch schon rechtliche Einschätzungen im Übrigen ist ja der Inhalt sagt es gerade der Ausschreibungs Inhalte Gegenstand einer anderen Vorlage und wird eher in den Gremien behandelt das heißt also auch das was die Verwaltung vorschlägt kann ja auch von den Stadträtinnen und Stadträten also von ihnen auch noch geändert werden also spricht sich sozusagen die Ausschreibungs Rahmenbedingungen und Inhalte für die Konzession auch nochmal verändern ich will nochmal zurückweisen dass die Verwaltung hier in das inhaltlich in das Programm für Film und Konzertveranstaltungen Königs Ufer eingreifen will also das absurder Vorwurf dass wir hier anfangen was weiß ich dem Veranstalter vorzuschreiben ob er jetzt Roland Kaiser oder Matthias Reim einlädt und noch welche Lieder er singt also das ist wirklich absurd hier diesen Vorwurf zu konstruieren also ich muss da klar nochmal das zurückweisen bei keiner anderen Konzession die Vergangenheit geben wurde wurde das in irgendeiner Form gemacht nur geht es eben auch im Verhältnis zu Alternativen mich über eine Flächenüberlassung eben auch darum Ansprüche auf die Durchführung von Veranstaltungen zu haben aber jetzt nicht dass wir hier einzelne Künstler über Künstler entscheiden wer da auftritt und schon mit welchem Inhalt also das ist wirklich absurd das steht auch in den Unterlagen näher ich finde das ist eine Fehlinterpretation um bewusst hier sozusagen Stimmung zu machen hat aber nichts mit der Realität zu tun mit dem Verwaltungshandeln und der Absicht die dahinter steht und im Übrigen will ich auch nochmal sagen wer die Unterlagen sich angeschaut hat wie gesagt es ging schon eine andere Vorlage für weitere Wettbewerber sind eben die Hürden dieser Veranstaltung sehr hoch um dort sozusagen einzusteigen wir haben ja auch bewusst nicht irgendwie Geld verdienen im Sinne von einer hohen Konzessionsabgabe in den Vordergrund einer Ausschreibung gebracht sondern das sind eben ganz andere Themen die eine größere Rolle spielen ich will nur sagen an der Stelle das Thema Hochwasser wo es eben ein gutes Konzept braucht und das sind eben auch Hürden die es gar nicht so einfach machen dass man sich Sorgen machen muss dass die die das jetzt veranstalten mit der PAN GmbH dass die völlig aussichtslos in so einen Ausschreibungs Wettbewerb für eine Konzessionsvergabe gehen auch das ist aus meiner Sicht weit hergeholt danke dann Herr Pratzka noch mal zu dem zur Frage von Thorsten Hans Ja der Antrag bezog sich zuerst auf den unseren Antrag wo es um den reinen Termin ging wann die Konzession neu ausgeschrieben wird das neu zu terminieren und der Antrag beinhaltete hier nicht eine Verlängerung oder irgendwas sondern eine komplette Aufhebung dessen und deswegen war das weit ab von dem Beschluss Gegenstand den wir hatten und war deswegen nicht zuzulassen das bezog sich ging weiter über das hinaus was Gegenstand unseres Antrags war das zweite Mal wurde der Antrag gestellt zu dem Antrag der CDU zum Film Mächten am Elbufer wo es darum ging die Konzessions Ausschreibung komplett aufzuheben das ist insoweit das komplette Gegenteil dessen was die CDU beantragt hatte wurde auch nicht geladen und nach einer intensiven Diskussion auch zu dem Thema habe ich das entsprechend abgelehnt aus genau den Gründen okay gibt es weiteren Gesprächsbedarf eine Auszeit wird auch nicht gewünscht dann würden wir ins Abstimmungsverfahren gehen und so wie besprochen wurden wir zunächst Top 18 abstimmen und dort würde ich in folgender Reihenfolge vorgehen dass ich zunächst den Ergänzungsantrag der Grünen abstimmen lassen lasse lasse ist weiter gehen weil er auch die Höhe offen lässt kann ja auch nach oben hin entsprechend gehen beziehungsweise findet der keine Mehrheit wurde dann der CDU Antrag abgestimmt alles in Ergänzung zum Ausschussbericht falls der keine Mehrheit bekommt würde ich dann den Ausschussbericht so abstimmen lassen wie er im Ursprungsantrag von der CDU Fraktion eingereicht worden ist okay da wurden wir oder da rufe ich zunächst erst mal den Ergänzungsantrag der Grünen auf wer hier zustimmen kann den bitte ich um das Stimmzeichen der hat mit 37 Jahr 25 Nein Null Enthaltung entsprechend eine Mehrheit bekommen und erkennt so den federführenden Ausschuss Bericht den wurde ich jetzt so zur Abstimmung stellen wer hier zustimmen kann den bitte ich um das Stimmzeichen der hat mit 29 Ja 29 Nein 3 Enthaltungen keine Zustimmung bekommen dann wurden wir dann über den Ursprungsantrag abstimmen lassen aber erst Geschäftsordnungen gehen Sie gar nicht mal Ich würde gerne eine Wiederholung zur Zählung beantragen Dann würden wir das jetzt tun Ich stelle nochmal den so ergänzten Ausschussbericht zur Abstimmung wer hier zustimmen kann bitte ich um das Stimmzeichen kann bitte ich um das Stimmzeichen Der hätte mit 29 Ja 31 Nein eine Enthaltung keine Mehrheit bekommen Dann würden wir jetzt den Top 17 abstimmen da ist der Antrag gestellt worden die Vorlage zu verändern was das Datum angeht und zwar auf den 01.01.2029 zu gehen Das würde ich als erstes abstimmen und so wurde dann falls es eine Mehrheit gäbe der Ausschussbericht entsprechend ergänzt werden Dann stelle ich den Ausschussbericht zur Abstimmung falls der keine Mehrheit bekommt dann haben wir zunächst erst mal heute das Thema erledigt und deshalb stelle ich jetzt erst mal als Abstimmung das Datum zu verändern auf 01.01.2029 Wer hier zustimmen kann bitte ich um das Stimmzeichen Das hätte mit 40 Jahren 22 Nein Null Enthaltung eine Zustimmung und den so veränderten Ausschussbericht wer hier zustimmen kann den bitte ich um das Stimmzeichen Der hätte mit 32 Jahren 12 Nein 17 Enthaltung eine Mehrheit bekommen Vielen Dank